Mein Handy ist im Aaaaah und deswegen muss ich es reparieren. Ich war super mutig und habe so ein Do-It-Yourself-Austausch-Set bestellt mit einem neuen Bildschirm. Habt ihr schon mal ein iPhone von innen gesehen? Laut Tutorial soll das ja in zwölf Minuten geschafft sein. Mal gucken, wie lang ich brauche. Da ist schon mal der neue Bildschirm. Wo ist denn? Nö, das geht schon. Richtig krass finde ich jedenfalls, dass ich den Home-Button von meinem alten Handy ausbauen und ins neue einbauen muss. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Nur noch die letzten paar Teile zusammenstecken und dann probiere ich schon aus, ob das Ganze wieder funktioniert. Oh Gott, der ist wohl. Oh, ich gehe. Ich habe schon gedacht, du hieß das Sound. Da ist das Ding. Ich bin richtig stolz.